Send your cringy videos to my computer and give pictures to the next episode of CRINGY DINGY Und dann fangen wir an. Boah, diese Master-Effekts, alter. Die sind super. Das ist so schlecht, alter. Ja, man, richtig schlechtes Easy-Eye-Animation, man. Boah, okay. Äh, super. Das ist doch so ein Spielzeug, alter. Oder nicht? Hä? So schlecht, alter. Ten out of ten, man. Ten out of ten. Relaxa hat schon mal ziemlich gut ausgehauen. Glaube ich. Lass mal die anderen sehen. Oh, nein. Mitzi, das kann ich mich nicht antun. Nein. Ich will nicht. Oh nein, nein, nein. What the fuck, man. Wieso? Wieso immer das gleiche, man? Ich will sie nächstes Mal verlange ich Geld von dir, wenn ich mir sowas angucken muss. Ich weiß leider nicht, ob die Webcam in dieser Folge gut ist und so nicht, aber ihr wolltet, das ist mir jetzt egal. Das ist nur ein extra. Sonic.exe Episode 4, Bandicamp.com. Oh. What the fuck. Das Copyright Musik? Ja, nein, vielleicht. Nein. Sag euch Leute, unter drei dürfte es nicht gucken. Gibt es Ärger. Ist zu gruselig. So, Thumbnail haben wir auch schon mal. Was ist das, Mann? Wow. Alter, ist das gruselig, Mann. Jetzt kommt Tails. Wow. Wow. Oh, sowas habe ich mir früher immer angeguckt. Das war voll cool. Aber, das kenne ich nicht. Hier fühle ich mich. Halt. 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 Ah, das kenne ich, das kenne ich. Das kenne ich. Wird angehuselt, dann wird es richtig verrückt. Ja, dann guckt er so im Internet und dann? Ah, das kennt man doch. Aber das ist von so einem schlechten gemacht worden, ja. So, Ingi hat sehr viel geschickt und nochmal Miitomo. Und diesmal sage ich es nicht, okay? Vielleicht nächstes Mal. Später am Abend will ich rumschreien. Auch wenn ich es mache als Spawn, zählt nicht. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ingi TV. Heute sprechen wir über das Thema The Legend of Zelda Timeline. Yay! Ich freue mich ja so sehr. Die Timeline ist ganz simpel gehalten. Es sind vier ganz große Teile. Das erste Teil besteht aus The Legend of Zelda. Also, ja, alles ist alles The Legend of Zelda. Aber es sind vier große Teile und zwar ist das eine große Teile. Ey, das ist so schlecht, Mann. Ich habe Instagram und Link regt sich auf. Let's go. Ingi TV hat du ein Instagram. Die Untertitel sind noch besser als das Video, Alter. Wie ist ihr, was ich mache? Macht nicht mehr Miit. Ja, Link, ihr rückt sich jetzt nicht so auf. Es ist ja nicht dein Problem, dass du, naja, noch keine Stimmsequenz hast. Iggy, du tust mir so leid mit deiner Geschichte. Nein, wie gesagt. Guten Tag, nachdem ich eigentlich... Voll von Kegge geklaut, Mann, Alter. So, Max hat hier seine eigene Max-Ax mit der Axt gemacht. Und wir werden mal sehen. Joint mein Discord-Server, Link in der Beschreibung. Ich kriege dadurch kein Geld, aber ich kriege dadurch Geld. Also halt die... Fuck, das kann ich nicht sagen. Joint den, okay? Oh Gott, Mann. Das händen sich, no joke, meine sechs- bis elfjährigen Nachbarn an. Alpha-Stein-Pupo-A. Was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Nein. Da hat sie was mal gemacht. Das tut es mir so leid, Mann. Max-XD. Geiler Name, Max-D. Max, übertreib es nicht, sonst lösche ich den Channel hier. Und dann musst du gerade sehen, wo du auf der Straße rankommst, ja? Du musst auf den Strich gehen, Mann. Okay, lassen wir das. Ja, komm, lade halt. Please! Okay, es lädt. Was ist das? Achso, das kenne ich. Das war cool. Das war cool, ja. Okay, Leute. Das war ein großartiger Tag, glaube ich. Habe mir eine super Sache geschickt. Ja. Mach beim nächsten Mal auch wieder mit. Komm, wir machen das jetzt mal live im Tweet. Falls ihr euch fragt, wo ich eigentlich bin, ich bin beim Danny. Danny kann ich mal hallo sagen. Okay, super. Ja, ich denke mal, relaxe, mich eher die besten gehabt. Ich meine, das andere war ja nicht schlecht oder so, aber ich meine, komm, witzi, du hast schon Besseres abgeliefert. Und ich meine, von relaxe war schon nicht schlecht, du. Man, diese, diese... Ich weiß, ich fand das aber am cringigsten. Ich würde sagen, relaxe hat wiedergewonnen. Sendet mir was ein, ja. Oder so. Okay. Cringe, please. Okay, Leute. Das war ein tolles Video. Daumen hoch, Daumen runter oder Humen runter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Oh, scurvy ain't for the likes of me. Yo, ho, yo, ho, yo, ho, yo, ho, yo, ho. Yo, ho, yo, ho, yo, ho, yo, ho, yo, ho. Wow! Scurvy ate for the likes of me!